Moment, so, muss ich mir alles ablaufen, was sich hier so getan hat. Erstmal hier das Labpack rausnehmen, oh, das hat sich ja ziemlich geleert. Dann, ich hatte hier doch eine Kiste. So, eigentlich hätte ich die Kiste dafür nehmen können, einfach mal das hier raus und dann packen wir das alles darüber. Dann hätte ich das direkt vor Ort. Hurra, Hurra. Atomenergie, ja, im geschlossenen Kreis. Nee, packen wir das hier in die Ecke. Und dann hätten wir das hier so, da, 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 da. Hm. Naja, es ist ja noch nicht warm gelaufen, vielleicht wird das ja noch. Aber wahrscheinlich würde genug Energie liefern. Moment, dann kann man kurz Energie abzapfen. Da, 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 da. Dankeschön. Ach, ihr habt auch gleich. So. Man finden das, ach, das ist immer noch am Föhnen. Letzter. 877, 777. sich wie viel braucht eine laser jetzt gut dann wird es schon irgendwann ich darf bloß nicht zu lang das machen lassen ich muss noch dran denken wir wieder nachzuschauen und jetzt noch kurz zum query schauen man haben wir viel zeug rumstehen was hier ständig am laufen ist um immer aufpassen muss das ja nichts passiert ich hätte das lab das chat pack mitnehmen können dann hätten wir fliegen können so wie schaut es denn hier aus du bist hier fleißig am machen der pool füllt sich und hier wird hier fleißig weiter gemacht sagen ich bock das jetzt mal da rein so gibt man das raus kommt da rein ich glaube so viel erde wird das auch nicht mehr kommen aber wahnsinnig viel cobblestone da wird eine kiste garantiert nicht reichen ach so und hier ist natürlich wieder am rot blinken ich weiß nicht ich hab da mal weiß nicht mir gefällt das irgendwie nicht nach komm ich komme einfach nie durch so wie komme ich jetzt hier durch habe ich ja klasse gemacht so jetzt aber irgendwie ist so leise könnte daran legen dass hier keine musik gerade läuft ja was machen wir denn machen wir das keine ahnung so dann mal kurz überlegen ich habe jetzt sieben diamanten ein bisschen staub sind staub wir haben den eisen staub den marken direkt da rein nachkommen machen wir das direkt dazu gold daran die packen wir dahin ach genau ich wollte nanos youtube bauen ah moment nanos youtube da können wir jetzt mal gleich schauen nanos youtube hose was nehmen wir dann als erstes nehmen wir die hose oder die schuhe immer die hose als erstes carbon platten und energiekristall carbon platten nach komm her eigentlich könnte ich direkt das nehmen jetzt brauche ich ja nicht noch mal das häxelnd sagt die runde carbon jetzt recht viel carbon platten so 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 ich brauche sechs stück das reicht gerade nicht verdammt aber es ist ja gerade noch am machen ja wie schaut es da oben aus das fertig fädelt das eisen nach kommt dann haben wir das auch noch rein und für mehr kohle staub nehmen wir noch mal so ein stack holz und hauen es an den auktionsofen induktion so wenn so vieles eisen dahin das teil ist einfach ein traum dem 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 pack ist einfach so hin dass zusammen und nimmst einfach so da kann ich eigentlich simultan dann gleich weitermachen so lala ist das krass so dass direkt wieder dran so so nehmen wir mal die gleich und packen sie mit doch eigentlich packen das alles da oben rein weil da ist schneller so dankeschön dann 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 und so so da brauche ich jetzt dafür noch ein energiekristall ein diamante die mitte redstone außen rum ein energiekristall und sechs platte so energiekristall und die sechs platten außen rum und wir haben eine namens youtube hose wo vielleicht sollte man kurz schlafen gehen weil das haben kollektoren gehen ja jetzt nicht an und ich glaube die energie für die namens youtube die hole ich mir aber vom atomreaktor außerdem kann ich dann noch mal schauen wie es dem geht er mir gerade ein ihr dahin ihr da so habe ich eine hose an die neuesten beiden schienen ja gut dann schauen mal weil das macht ihr gerade fleißig weiter wie geht's denn so energie ist fleißig da bei dann neben entnehmen wir halt mal wobei wird auf jeden fall mehr eis verbraucht als hinzugefügt wird also dann nehmen wir mal ein ding raus was halt dahin so wie geht's denn hier so gefüllt sich ja gerade noch das läuft doch nicht so ab hochtouren haben wir es dann gleich erst füllten gleichgewicht sprich wir sind hier gerade wieder auf den ganzen was bringt jetzt eigentlich die hose muss irgendwie aktivieren gut irgendwas außer viel rüstung ich weiß nicht jetzt vielleicht ließen sollen oder dämpfen die schuhe also ich werde auf jeden fall für quantum suit brauchen und da weiß ich was es bringt da kann ich da schneller rennen ich bin ja die schuhe was die schuhe macht man dann ja irgendwie klar vier carbon platten zack jetzt kommt man das nochmal weg so ich komme mir gerade richtig in die gänge merke ich gerade so genau vier dann gucken wir die gleiche rein und nochmal energie kristall hat dann lohnt sich gerade die diamanten die ich gefunden habe so dankeschön so und kann das gleich hier lassen den eisenheim könnte ich auch noch machen wie geht der helm auch wenn wir dabei sind wie geht der helm man ist wieder vier plus ein glasblock nach kommt dann hier auch ein halt ein wollte ich nur so das rechts aber auch mal wieder dann brauche ich nochmals so einen halben stack von denen halben stack dafür noch vier so und ich dachte das braucht noch ein bisschen ja wie war das jetzt so und dann dort waren die schuhe dann ist die schuhe und danach noch den helm einer fehlt noch dankeschön so so habe ich es acht und dann hat sich das nochmal zu vieren die in den kompressor und dann noch ein einzelner glasblock für mein helm so dann nehmen wir mal die ding für die schuhe dann drüben holen wir das ganze dann nochmal für den helm währenddessen könnte ich eigentlich kurz schauen wie ging das noch für quantum äh quen ach passt ja äh zum beispiel für die hose brauche ich einen leptronen kristall auch noch ach du schande nochmal einen diamanten maschinenblöcke iridium platten iridium platten geht aus gepresste metallplatte und iridium erz und nimmt diamanten wie teuer ist denn das teil ich brauche zwei für die platten und dann noch einen also es braucht ja drei diamanten noch zusätzlich heilige so gib mir mal dann die schuhe so wo ist eigentlich mein jetpack ein jetpack da ist es dann nehmen wir das gleich und fliegen zu dahin das ist eigentlich jetzt besser nein nicht wirklich wie ups so genau ich wollte jetzt noch mein helm auffüllen den noch kraft muss langsam lässt die konzentration nach ja man lässt die nicht nach so kurz sinkflug da wie war das jetzt so so und so und dann ist juthelm jo so ne muss vernichten muss john connor finden so aber erstmal muss aufladen sonst ich nix tun kann ok hilfe ok so dann immer hierher und dann da direkt auf da dürfte es mehr energie haben ein bisschen so und einmal aufladen bitte ok wie geht es unserer kühlung so kühlung wird besser ich weiß es nicht naja hält sich gerade so die waage vielleicht wird es später besser da 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 jetzt immer noch am machen könnte ich mehr für die kühlung dran bauen also hier noch hier eine pumpe und dann eine pumpe kostet aber mehr strom ist jetzt die frage was da geschickter ist da würde ich hier schnell hin da müsste ich hier wahrscheinlich noch ein übertakter reinhauen was auch noch mal mehr strom kostet ja bist du jetzt eigentlich fertig achte ich sag einfach du bist fertig so und dann könnte ich hier auch ein weiteres rein tun ohne ist die uranzel jetzt leer ist blöd wenn die id nicht dran steht weil dann könnte man das genau ich nehme jetzt raus und packt die neue äh die alte rein die alte neue so ich weiß es nicht ob das leer ist ich behalte zwei kurz hier in der ecke und schau mir das andere mal an ob das leer ist denn wo auch ich habe gerade vergessen dass ich hier ding an habe ich schaue schon heiß aus ok dann ouch ich hätte jetzt nicht die idee was ich machen könnte bloß mich stärker dass ich dafür diamanten brauche fallen lassen so weil ich würde gern ach genau ich hätte es gebraten hinten auch raus und könnte ich hole hier mal ne die eier raus und wir fühlen mal kurz da drüben nochmal so 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 eier am start ja 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 aos 16 eiern einten so da hinten wo da kommt schon mehr noch mehr so neue runde da kommt schon ein bisschen mehr kann man bald wieder abernten gehen ich soll es automatisch machen der in die kiste von der kiste dann direkt irgendwie raushauen und sich ab einer gewissen zeit kommt irgendwas und tötet man einfach alles was ich im gehe befindet das wird eine kiste das wird dann ein rohrsystem verleitet und die federn kommen mit ruhe und das fleisch in den ofen oder sowas das wäre doch mal ein cooles system so nein ich übertreibe es nicht mit den hühnern eine schotze aus kann natürlich eine runde hier machen nein ich habe jetzt raus geschossen schon wieder du 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 da muss ich viel mehr viel mehr aufpassen nicht dass ich was raus schießt ach egal warum man das jetzt noch da rein ja kommt auch gar nichts raus so es habe wieder ein freilaufendes hühnchen aber was soll's ach da immer noch eine kleine runde und hauen das noch mal da rein so und dann haben wir es auch gleich wieder geschafft und noch mal hier geschafft ach ich habe noch mal acht letzten acht mal schauen wo die landen teils im gehege teils auch nicht dass aber sowieso nichts rausgekommen von dem her wo es ist ein lärm hier weiß nicht was so eine gute idee war war also ich muss ja auch was mit dem fliegen weil hier auch jetzt glaube ich für den hühnern so extrem da sollte ich leicht aufpassen ich habe hier noch kohle rumliegen dann haben wir doch da rein habe ich hier noch was habe ich hier noch was wird der check ist jeder noch irgendwas nein ist nicht achte schon ich habe keine ahnung wie aufnehmen ich glaube ich mache einfach mal wieder eine aufnahmepause und wir sehen uns dann das nächste mal wieder zu industrial kraft zwei gute nacht